Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Nachdem es in der letzten Woche, kurz vor Weihnachten, etwas ruhiger zugegangen ist, möchte ich euch heute etwas ganz Besonderes vorstellen. Und zwar das Survival Prepper Knife von Survival Martin, oder kurz das SPK23. Man sieht, ich habe hier schon einige Tools angebaut. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie der originale Lieferzustand gewesen wäre. Und ich werde das Messer auch direkt einmal vergleichen mit meinem SI6. Die beiden Messer sind sich ja sehr ähnlich, das hat Martin ja auch gesagt. Er wollte sich halt am SI6 orientieren, einfach weil es ein brutal gutes Messer ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das SPK23, ich habe es jetzt in der Farbe Sand bestellt. Und das Coole hierbei ist, dass man nicht nur eine Kydex-Hülle erhält, sondern man kann sich dieses Tool noch dazu bestellen, also diese Dose quasi, die man dann selber befüllen könnte. Und das Ganze ist natürlich fest an der Kydex-Scheide montiert, sodass man ein kleines Kraftpaket zusammen mit einem Survival-Pack quasi gemeinsam mit sich herumtragen kann. Was als erstes auffällt, ist natürlich die brachiale Größe des Messers. Ich habe hier im Vergleich mal dazu das Victorinox Venture Pro. Das hatte ich ja auch schon in einem meiner Videos vorgestellt. Und man sieht, ja das Ganze schaut dann dagegen recht niedlich aus. Wenn man sich nur mal die beiden Messer als solche anschaut, hier haben wir das Victorinox Venture Pro. Und das ist das SPK23. Da merkt man schon den brachialen Unterschied. Auch was die Klingendicke betrifft. Ich glaube, hier haben wir ungefähr 5 mm. Beim Victorinox Venture Pro waren es, soweit ich weiß, 3 mm. Ich würde sagen, jetzt holen wir uns gleich noch das SI6 dazu. Dann haben wir auch den direkten Größenvergleich zwischen SI6 und SPK23. Und da merkt man, die beiden, die sind schon wirklich, wirklich sehr, sehr ähnlich. Es gibt kleine Unterschiede am Griff. Die Klingenform ist identisch. Wobei man dazu sagen muss, dass SI6, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, das hat eine gerade Klinge, eine richtig flache Klinge. Und beim SPK23 ist die Klinge hier noch so ein bisschen abgesetzt hier oben. Ansonsten vom Griffverhalten her ist das wirklich ein makelloses Messer. Es sitzt richtig saftig in der Hand. Ähnlich eben wie das SI6 auch. Was auch noch auffällt, sind diese Riffelungen hier oben am SI6. Die gibt es beim SPK23 nicht. Ganz einfach aus dem Grund, das soll ja so ein Rutschschutz sein. Und wenn man damit aber kleine Sachen schnitzt, also wenn man jetzt hier zum Beispiel ein kleines Holz schnitzt und man hat den Daumen die ganze Zeit hier oben drauf liegen und man drückt dann die ganze Zeit so damit, dann bekommt man irgendwann Abdrücke auf dem Daumen. Die hat man selbst nach wenigen Sekunden schon. Und genau aus dem Grund wurde beim SPK23 darauf verzichtet. Und hier hat man trotzdem diesen Rutschschutz. Der ist jetzt nicht ganz so effektiv, als wenn da so kleine Rillen drin wären. Aber generell wird der Daumen gestoppt. Und darum geht es ja in erster Linie. Das Venture Pro räumen wir mal wieder beiseite. Was natürlich auch noch auffällt, der Griff beim SPK23, der ist minimal dicker als beim SI6. Was halt dazu führt, dass man noch mehr in der Hand hält. Aber das ist meiner Meinung nach kein Nachteil. Hier bei dem, ich schaue mal wie es am besten zeigen kann, bei dem SI6, da sieht man richtig schön diese geschwungene Form des Griffes. Was halt dazu führt, dass man hier diesen Ballen genau hier hält. Und dadurch hat man einen sehr stabilen, festen und guten Griff. Und diese Form gibt es beim SPK23 nicht. Das ist also ein gerader Verlauf. Aber der komplette Griff insgesamt, der ist halt schon dicker. Und sitzt auch massiv. Beide sind sehr kopflastig. Also wenn man das so fühlt. Ich meine, wenn man das mal so ein bisschen zeigen kann. Das SI6 ist wirklich sehr, sehr gut ausbalanciert. Schauen wir mal beim SPK23, wie es da ausschaut. Das ist etwas kopflastiger. Das heißt, hier vorne ist also mehr Gewicht, was nach unten zieht. Was aber gerade beim Hacken etc. die Arbeit dann einfacher macht. Weil halt der Schwerpunkt vorne liegt. Hier hat man ein perfektes, ausgebogenes Verhältnis. Beim SPK23 ist es halt etwas schwerer vorne. Von der Klingendicke her sind die beiden sehr identisch. Und dann schauen wir uns nochmal die Kydex-Hüllen dazu an. Und zwar hier vom SI6. Gut, ich habe jetzt hier einige Teile angebaut. Wie zum Beispiel dieses Schrade- oder Schrade-Messer. Das ist einfach ein kleines Neckknife. Ich finde das halt ziemlich cool, wenn man noch so ein kleines, stabiles Messer dabei hat. Was halt wesentlich kleiner ist. Aber was halt gerade für kleine Schnitzarbeiten sehr gut geeignet ist. Und was hier nicht dabei war, ist dieser Feuerstahl. Also hier hat man die nackte Hülle quasi bekommen. Hier hinten, das habe ich mir von einem Wolfgangs-Messer geklaut. Das ist so ein Clipper. Ich finde die angenehmer. Das werde ich hier bei dem von Martin auch noch machen. Da ist hinten einfach so eine Gürtelschnalle. Das heißt, man kann das über den Gürtel drüber ziehen. Und dann hängt das halt so am Gürtel. Und bei diesen Halterungen hier, ich finde die einfach praktischer. Weil man den Vorteil hat, dass es zum einen verriegelbar hier ist. Also hier unten ist so ein kleiner Riegel. Ich weiß, die Beleuchtung hier ist gerade extrem dumm. Aber ich kann es leider nicht besser hinbekommen. Aber hier ist so eine kleine Verriegelung, die halt dafür sorgt, dass dieser Teg-Lock nicht von alleine aufgeht. Und wenn man den Riegel umstellt, dann kann man das hier wunderbar aufklappen. Einfach so über den Gürtel drüber ziehen. Zumachen. Wieder verriegeln. Und fertig. Und wie gesagt, das werde ich mir an dem SPK23 auch noch dran bauen. Ich finde diese Halterung, wie sie hier dran ist, generell nicht schlecht. Um Gottes Willen. Sie erfüllt ihren Zweck. Aber die ist halt etwas praktischer. Das SPK23 hat mich jetzt 299 Euro gekostet. Zusammen mit diesem Survival-Kit. Also nicht mit dem Zubehör, was hier außen dran ist. Sondern einfach nur mit dieser Kydex-Fülle, wo halt hier vorne diese, ich sag mal, Rettungsdose dran ist. 299 Euro. Das liegt ungefähr im Preisbereich des SE6. Jetzt aktuell ist es zwar günstiger zu bekommen, aber der ursprüngliche Preis war auch dort einmal 299 Euro. Ich glaube sogar mal über 300 Euro. Aber jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Survival-Kit. Eigentlich hatte Martin ja vor, das gefüllt herauszugeben. Und was man jetzt erhält, ich mache mal kurz diese Rettungsdecke hier vorne ab. Die habe ich mir selber dran montiert. Und das, den Kinspannen mache ich mir auch mal ab. So wäre quasi der Auslieferungszustand. Also man erhält die Kydex-Fülle. Hier außen dran ist dieses Paracord. Und zwar dieses spezielle Paracord, was man auch beim Kollegen von Martin kaufen kann. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, er war bei der ersten Staffel 7 vs. Wild dabei. Und zwar handelt es sich hierbei um dieses spezielle Paracord, wo halt nicht nur einfache Sehnen drin sind, sondern zusätzlich diese Angelschnur und eine kleine Zündschnur, die also das Entzünden von Feuer vereinfacht, ist halt in dem Paracord drin. Davon bekommt man hier außen diese Wicklung. Ich denke mal, es sind um die 3 Meter. Ich weiß es nicht genau. Ich habe dazu auch keine Angaben gefunden. Außerdem ist dabei dieser Feuerstahl. Ist ein 8mm Feuerstahl. Ich denke mal, da wird man nicht an der Qualität gespart haben. Und halt dann dazu noch das Messer. Das ist so der ursprüngliche Auslieferungszustand. Und diese Dose hier in der Mitte, die kann man sich halt selbst befüllen. Und da es im Präsentationsvideo von Martin nicht vorgekommen ist, möchte ich mal zeigen, was ich jetzt alles da reingepackt habe. Ihr seht ja hier schon, die beiden Tools hatte ich mir hier außen angebracht. Hier den Kienspan, die Rettungsdecke einfach hier vorne mit zwei Gummis dran. Kann man natürlich auch auf der Rückseite einfach machen. Dann würde man es, was weiß ich, hier befestigen und zwei Gummis drum. Kommt vom Tragen her vielleicht sogar noch etwas näher, weil es dann richtig plan an der Hose anliegt. Eben weil das hier so ausladend ist. Das wäre auch mit meiner anderen Halterung so, dass das Ganze etwas von der Hose absteht. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt einfach mal zum Inhalt, was ich mir jetzt hier reingepackt habe. Denn, ich zeige euch mal kurz die Maße der Dose. Hier kommen mir jetzt schon Tempos und Wattepads entgegen. Die lege ich mal kurz beiseite. Denn ich wollte kurz noch sagen, die Maße dieser Dose hier vorne sind 15 cm mal 6 cm. Man denkt also, dass man hier gar nicht so viel reinbekommt, aber ich kann euch sagen, der Eindruck täuscht. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich da alles rein getan habe. Der Deckel hier oben, der geht tatsächlich etwas schwieriger, weil hier oben diese zwei Vertiefungen drin sind, die halt richtig den Deckel einrasten lassen. Man muss sich also schon etwas anstrengen, um das aufzubekommen. Was ich aber gut finde, eben weil dann halt die Sachen nicht einfach rausfallen können, wenn der Deckel sich von alleine öffnen würde. Und ihr seht, der Raum hier innen drin, der ist noch nicht zu 100% gefüllt. Da würde also noch etwas reinpacken. Ich hole mal kurz die Taschenlampe raus, vielleicht sieht man das dann besser. Da wäre also schon noch etwas Platz drin. Und wie gesehen, die Taschenlampe war jetzt auch schon da mit enthalten. Dann habe ich hier etwas Draht. Kopfschmerztabletten, Durchfalltabletten, Allergietabletten. Eine Pinzette, eine Signalfeife. Dann etwas Paracord aufgewickelt. Das dürften auch ungefähr so, vielleicht zwei Meter, drei Meter sein. Ich weiß es nicht genau. Aber einfach aufgewickelt. Man kann es also hier stückchenweise wieder abreißen und dann zurechtschneiden, so wie man es braucht. Dann habe ich hier noch drin die Nähmaschnur, um verschiedene Sachen damit zu machen. Beispielsweise zum Angeln oder um etwas zu nähen, etwas zu befestigen, etwas zu verpacken. Wassereentkeimungstabletten. Das sind jetzt zwei, vier, sechs, acht Stück. Würde also für acht Liter Wasser reichen. Dann ein Pflaster. Ich glaube, davon habe ich sogar zwei hier drin gehabt, genau. Dann habe ich jetzt noch hier drin einen Klebestift. Wenn man den erhitzt, ganz normaler Klebestift halt, kann man damit beispielsweise kleinere Löcher verstopfen oder auch Sachen miteinander verkleben. Das war aber auch noch nicht alles. Dann habe ich hier nochmal normale Nylon-Angelschnur. Beziehungsweise außen herum sieht man es jetzt, da ist auch nochmal etwas Draht aufgewickelt. Aber hier innen drin ist halt die normale Angelschnur. Dann noch eine Dose mit Angelhaken, Köder, Bleigewichte etc. Passt halt hier wunderbar rein und ist gut verpackt, dass man sich nirgendwo dran stoßen kann, beziehungsweise verletzen kann. Und das war es. Das war jetzt der Inhalt, der in dieser Dose hier drin war. 15 x 6 cm. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Da kann man also auf jeden Fall schon mal etwas mit anfangen. Und in einer Notsituation wäre man natürlich froh, wenn man all dieses Zeugs dabei hätte. Aber wie man sich diesen Innenraum der Dose jetzt quasi gestaltet, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Das war jetzt einfach so mal eine Verpackungsweise, wie ich es machen würde. Zusätzlich hat man hier noch diese zwei Rettungsdecken dabei. Also das ist nicht nur eine, das sind zwei Rettungsdecken in einer Verpackung halt. Beispielsweise eine, um sich ein ganz kleines Tarp abzuspannen. Und eine zweite, um sich halt damit einwickeln zu können. Das dient halt natürlich dazu, um ein kleines Feuer starten zu können. Beziehungsweise, um sich mal eben den Hintern abwischen zu können, die Nase zu putzen etc. Mit dem Draht könnte man ebenfalls Sachen befestigen. Oder wirklich in einer Hardcore-Not-Situation auch eine Falle bauen. Das wäre jetzt so die Befüllung meines SPK 23. Und jetzt interessiert mich natürlich, was würdet ihr reinpacken? Oder was habe ich vergessen? Worauf sollte ich mehr Wert legen? Aber insgesamt finde ich, ist das schon ein richtig cooles Messer mit extrem vielen Möglichkeiten. Ihr wisst es ja von meinem Venture Pro Video noch, wie gerne ich solche Tools zusammenstelle. Beziehungsweise, wie praktisch ich es finde, wenn man eben hingehen kann und sich diesen, ja ich sag mal, diesen Raum so nutzen kann, wie man ihn möchte. Also, dass es nicht vorgeschrieben ist, wie, ja wie soll ich das sagen? Ihr kennt vielleicht noch dieses uralte Rambo-Messer, wo in dem Griff quasi so eine Angelschnur drin war. Warte, ich zeige es einmal. Also das ist jetzt natürlich nur so ein Nachbau. Aber das war ja das ursprüngliche Rambo-Messer aus dem ersten Rambo, hier Rambo, ich weiß nicht mehr wie der hieß, First Blood, glaube ich, oder so. Und, ja, das war ja ein extrem komisches Messer, weil hier quasi ist nur noch ein ganz kleiner Erl, der geht halt ungefähr bis hier. Da ist da eine Mutter aufgeschraubt und wenn man damit mehrmals gegen ein Stück Holz haut beispielsweise, dann lockert sich die Klinge und, ja, ist eigentlich Katastrophe. Aber das war halt zu Filmzwecken ist das damals entwickelt worden, weil Rambo muss natürlich etwas richtig krasses Fettes in der Hand haben und dafür war es halt wirklich gut. Und hier in dem Griff, da hat sich halt so eine kleine Tool-Dose versteckt, die man rausholen konnte. Da waren dann einfach nur Streichhölzer drin, ich glaube auch ein Angelhaken, Angelschnur, ein Pflaster. Aber ihr seht ja schon, wie begrenzt dieser Raum hier dieser Dose ist, beziehungsweise des Griffes ist. Wenn ich da also diese Dose rein tue, dann ist die wieder komplett gefüllt. Und, ja, ich fand das, ich meine, ich war damals, wie halt war es denn da, zwölf Jahre, dreizehn Jahre, irgendwie so. Also ich war halt noch recht, recht jung, ich glaube sogar, oder sogar nur zehn Jahre, als der erste Teil rauskam. Da fand ich das schon ultra geil. Nicht wegen dem Messer, sondern eben wegen diesem Toolkit. Und darauf bin ich abgefahren. Das Messer war mir eigentlich scheißegal, ich fand das hier ziemlich cool. Und so ist es auch heutzutage fast immer noch. Die Messer an sich, die sind schon wirklich, wirklich geil. Also der Stahl, der da verarbeitet wird und sowas. Ich kenne mich jetzt nicht mit den verschiedenen Stahlsorten und den Legierungen etc. aus. Aber man weiß, was Schmiedeglut herstellt oder jetzt auch hier beim SE6. Man weiß einfach, dass das Messer sind, die performen. Aber solche Extras, wie jetzt hier bei dem SPK 23 mit dieser Survival Box oder beim Venture Pro mit dieser Hülle, die sich um das Messer herumfaltet, wo man Sachen hinzufügen kann, finde ich einfach ultra geil. Was sagt ihr zum SPK 23? Lasst es mich gerne wissen. In dem Sinne war es das für das heutige Video und auch das letzte Video in diesem Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Mal schauen, was uns da alles erwarten wird. Und dann hoffe ich, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Kostet euch nichts. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.